Hier oben ist noch ein Bär. Vorwärts. Ah ja, das erklärt's. Die Goblins haben sich einfach vertan. Nur Vögel sind schneller. So, mal die Schwertkämpfe. Wir haben einen Ritter verloren an diesen Haufen Gegner. Ja, das ist vertretbar. Finde ich jedenfalls. Ja, und eins der Art Fakten wurde benutzt, um diese Rune zu aktivieren. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Zum Angriff. Gehen wir, mein Teurer. So, Bär ist weg. Das heißt, wir hätten von vornherein hier lang können. Mal wieder einen Quicksave machen. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Also ja, erstmal zur Schmiede. Bei der Schmiede gibt's auf jeden Fall. Okay, ich höre schon schwarze Krieger. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Vorwärts. Wie bei der Schmiede auf uns lauern. Und anderes und totes Gewürm. Oh, und Goblins. Ja. Nur Vögel sind schneller. Nehmt keine Gefangenen. Ja. Oh, und die Kantropen auch noch. Oh, und ich benutze die ganze Zeit Heiz, äh, in Gift. Und das ist halt sauber, sauber und praktisch. Vorwärts. So. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben von der Allianz der Menschen mit den Goblins gehört und sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unseren gemeinsamen Feind zu besiegen. Wir müssen das antike Artefakt der Zwerge reparieren. Wir haben gehört, dass nur ihr über die nötigen Kenntnisse und Werkzeuge verfügt. Ihr habt richtig gehört. Aber es gibt ein Problem mit den Werkzeugen. Gestern wurden wir unerwartet angegriffen und waren auf keinen Krieg vorbereitet. Die Feinde konnten einige von uns töten und viele unserer Güter davon schaffen. Darunter unsere Werkzeuge. Die Schurken sind nicht einmal weit gegangen. Sie haben in den nördlichen Katakomben in der Nähe ein Lager errichtet und wir können nichts dagegen tun. Aber ihr seid wahre Krieger. Bringt uns die Werkzeuge zurück und wir werden alles für euch tun. Wir können die Schmiede leider nicht als Basis benutzen, um Truppen nachzurüsten. Vorwärts! Wir können aber kurz die Verschnaufpause nutzen, um zu heilen. Gehen wir, mein Teurer. Nehmt keine Gefangenen! Bringt ihnen die Werkzeuge, ja. Also wir haben hier noch einen Siegel zum Aktivieren und ich glaube da oben hätte ich auch noch irgendwo eins gesehen. Oder das kommt noch. Ja! Nur Vögel sind schneller. Weil hier sind zwei gewesen. Aber ein drittes sehe ich jetzt nicht direkt. Vorwärts! Also ist es hier oben versteckt? Nö. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Das Gold, da nehmen wir auch gerade mit. Wir dienen dem Kaiserreich. Steht! Oh ja, wir können Führerschaft jetzt auf 13 erhöhen. Ja! Nur Vögel sind schneller. Ja. Nur Vögel sind schneller. So, gegen was müssen wir hier antreten? Gehen wir, mein Teurer. Zum Angriff! Gehen wir, mein Teuer! Ich schone in der Licht. Kein Schul erledigt. Tötet sie alle! Nun, wir wissen nicht. Sind schon so gut wie da. Okay. Gut. Nun, wir wissen nicht. Aha. Aha. Ja? Eure Befehle? Meine Werkzeuge, die zur Restaurierung des Attefacts benötigt werden. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teuer. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. Eure Befehle? Danke, dass ihr unsere Werkzeuge zurückgebracht habt. Jetzt können wir alles schmieden, was ihr wünscht. Gebt uns die Bruchstücke des Artefakts. Macht es euch bequem. Es wird ein wenig dauern. Die Untoten setzen uns weiter unter Druck. Und unsere Schmiede benötigen noch weitere 15 Minuten. Ich schätze, ein paar unserer Männer können Waffen führen. Aber ihr müsst unsere Verteidigung befehligen. Euer Wunsch ist mein Befehl. Seid bloß ruhig. Gehen wir, mein Teurer. Ja? Gehen wir, mein Teurer. Ich frag mich jetzt mal kurz halt, was passiert, wenn ich diese Rune noch berühre. Ja. Wir haben 50 Steine, die wir... Jawohl! Eure Befehle? Vorwärts! Zum Schleppen? Ja! Nur Vögel sind schneller. Oh, da kommen Untote. Kein Problem. Bereits zum Kampf. Ja? Eure Befehle mit Schwert und Ross. Ah, cool. Ich konnte durch das Siegel Dämonen rufen. Das ist dann auch schon ein bisschen hilfreich. Wir greifen an. Gehen wir, mein Teurer. Ich habe nicht genug Manna. So, wir haben kurz Verschnaufpause. Ja. Nur Vögel sind schneller. Ja, Feuerdämonen. Ohne Beschreibung. Ohne Beschreibung. Hm. Eins, Führerschaft. Okay. Und Feuerblitze. Das ist praktisch. Jetzt haben wir ziemlich viele Fernkämpfer. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ja? Ich kann nicht schneller gehen. Euer Wunsch ist mein Befehl. Jawohl? Wir gehen. Also, da ihr so wenige seid, geht nochmal darüber zu dem anderen Siegel und guckt mal, was da passiert, wenn wir das nochmal benutzen. Wir gehen. Ob wir da auch nochmal irgendwelche Einheiten jetzt kriegen sollten. Jetzt, solange wir Kampfpause haben. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Undjawab. Okay, kleine Skelette, kommen von dort. Mit Schwert und Vögel sind schneller. Ein paar kleine Skelette sind wieder nicht so geredenwert. Ich habe nicht genug Manna. Jederzeit gerne bereit. Ich kann nicht schneller gehen. Ihr sollt natürlich alle beim Kampf mithelfen. Stehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Nehmt keine Gefangenen. Eure Befehle? Vorwärts! So, okay. Manna wird regeneriert. Ja! Jawohl! Ungeachtet aller Hindernisse! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen!